Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen heute zu Easy Sizer Moves. Mach einfach mit, mach so mit, wie du dich wohlfühlst. Du kannst zwischendurch auch irgendwas machen, worauf du gerade Lust hast. Wir wollen uns heute ganz locker bewegen. Wichtig ist, eine stabile Körpermitte, also aktiviere deinen Bauchmuskel, zieh den Bauchnabel nach innen, richte dich auf. Wir wollen natürlich ganz stolz sein und komm in eine kleine Grätsche. Die Knie zeigen in Richtung Fußspitzen. Genau. Und du lässt zuerst die Schultern rechts und links nach hinten kreisen. Ganz locker. Wenn irgendwas nicht klappt, nie ärgern. Einfach immer so machen, wie es geht. Natürlich machen wir uns zuerst warm. Zieh die Schultern hoch. Rechts, links. Ruhig den Oberkörper auch einladen, sich ein bisschen mitzubewegen. Und dann kannst du schon ganz langsam deine Hüfte mitnehmen. Klappt? Fersen heben. Das Ganze etwas langsamer. Langsam. 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 Nochmal rechts, links, rechts, links. Immer weitermachen. Ganz ohne Schultern. Nur die Hüfte. Rechts, links. Jetzt schau mal. Ich nehme eine Ferse und drehe sie gleich mit auf. Und seit der Ferse tippst du gleich mal. Tap, tap, tap. Genau. Ruhig tief und hoch gehen. Langsam, kleiner. Nach vorne. Tap, tap. Tap, 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 tap. Und immer, wenn du tippst, schau mal, ich zeige es dir seitlich. Dein Brustbein heben. Bewege deine Brustwirbelsäule. Lass die Arme neben dem Körper immer noch Brustbein heben, heben, heben. Jetzt. Jetzt. Letzten noch. Und ganz ohne Brustbein. Und dann gehst du am Platz. Ganz locker. Und was du jetzt machen kannst, dass du schon mal versuchst, eine liegende Acht mit deinem Becken zu zeichnen. Gehen, gehen, gehen. Dazu die Knie ganz leicht beugen. Immer noch stolz und aufrecht. Mach mal weiter. Mach weiter. Geh mit und stehen. Eins, zwei, stehen. Eins, zwei, stehen. Eins, zwei, stehen. Eins, zwei, stehen. Genau. Eins, zwei, stehen. Mach nur weiter. Eins, zwei, stehen. Geh mal weiter. Geh weiter. Schau mal. Rechts. Und jetzt nochmal. Eins, zwei, stehen. Eins, zwei, stehen. Eins, zwei, stehen. Genau. Bist du dabei? Eins, zwei, stehen. Schau mal. Stehen. Eins, zwei, stehen. Selber Schritt. Nur kommt jetzt ein Bein nach vorne. Hüfte darfst du da gleich ein bisschen mitnehmen. Eins, zwei, stehen. Super. Oben lässt du ganz locker, richtig locker lassen. Und das Ganze probierst du mal zur Seite. Eins, zwei, stehen. Eins, zwei, stehen. Eins, zwei, stehen. Eins, zwei, stehen. Klappt? Genau. Genau. Genau dasselbe. Nach hinten. Zurück. Rechts. Und links. Genau. Genau. Einfach zurückgehen. Einfach zurückgehen. Atem fließt. Und noch mal zur Seite. Und noch mal zur Seite. Super. Mach nur weiter. Wir warten auf die Musik. Blick. Und dann versuchst du noch mal nach vorne zu mir. Vorne. Noch mal vorne. Seite. Seite. Und noch mal. Gut. Gut. Noch mal Seite. Noch mal. Vorne. Jetzt zur Seite. Versuch's. Jetzt zurück. Seite. Vorne. Ja, super. Hinter. Seite. Einmal noch nach vorne. Letzte Runde. Seite, da bleibst du jetzt. Immer wieder. Mach weiter. Einen Schritt nach rechts und links. Rechts, links. Zwei Schritte. Eins. Hoch. Eins. Wenn du möchtest. Eins. Da wird's warm. Einen Schritt. Einen. Ganz locker. Puls ein bisschen runterlassen. Ganz locker weiter. Genau. Gehen, gehen, gehen. So, vielleicht merkst du jetzt, dass das leichter geht, so eine Acht zu formen. Mach mal ein halbes Tempo. Langsam. Hopp. Hopp. Genau. Schau mal. Lass die Arme mitfliegen. Lass die Arme mitfliegen. Warm geworden. Bleib in der Grätsche. Nimm beide Ellbogen tief. Tief. Vor. Jetzt wirklich auf. Zu. Auf. Zu. Atme ein. Hoch. Zieh dich lang. Noch länger. Die Strecken. Etwas enger die Füße. Bleib da. Atme ein. Atme aus. Ein Bein vor. Schultern zurück. Gerade Rücken nach vorne. Spür die Rückseite. Knie strecken. Wieder lösen. Andere Seite. Knie strecken. Etage tiefer. Etage tiefer. Noch mal aufrichten. Locker lassen. Sehr schön. Einatmen. Lang werden. Ausatmen. Wieder lösen. Noch einmal ein. Lang strecken. Räkeln. Arme öffnen. Brustbein öffnen. Und entspannen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Sehr schön. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Das ist das Wichtigste natürlich. Wenn mal was nicht ganz so geklappt hat. Ganz egal. Einfach weitermachen. Wenn du mehr Lust hast auf solche Videos, dann gib doch einfach Latin oder Salsa Gabi Fastener in YouTube in die Suchzeite ein. Dann findest du bestimmt noch mehr. Wenn du möchtest, geh einfach mal auf meinen Kanal. Da sind alle Videos auch nach Themen geordnet. Also da findest du dich bestimmt auch gut zurecht. Freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Das kannst du kostenfrei tun. Dann bekommst du auch mal mit, wenn wieder ein neues Video erscheint. Und vielen Dank, wenn du Lust hast, meine Arbeit wertzuschätzen. Dankeschön. Der Link ist unter dem Video. In den Beschreibungen heißt Steady. Deine Unterstützung mit monatlich 2,50 Euro, 5 oder 10 oder 20. Was auch immer. Könntest du meine Arbeit unterstützen. Vielen Dank an alle, die es bereits tun. Freue mich aber auch, wenn du ganz einfach so beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dann. Vielen Dank.